Ähm, guten Tag, ich möchte mal bitte kurz die Toilette benutzen. Ja, die ist gleich da vorne, die erste Toilette. Oh, vielen Dank, sehr nett von dir. Okay, yeah. Ich bin ja höflich und bevor ich bei dir zuschlage, grüß ich dich mit Vor- und Zunahmen, alle scheiße Kuhfladen. Du bist der Typ, der im Gegenwart von Waldmann schwitzt. Und sie fragen sich, warum es hier noch scheiße stinkt. Ich glaube ehrlich, du spielst eigentlich noch mit Bausteinen. Aber egal, du befindest dich auf ner Traumreise. Du wirst benebelt und denkst gar nicht ans Verlieren. Du hast noch nie geschafft, so viele Erfolge zu erzielen. Nämlich Kim zu installieren, deine Maske zu maskieren, den Background zu retuschieren, dich mit Scheiße zu betiteln, es zu exportieren und an einen Greenscreen installieren. Was kommt denn als nächstes? Willst du dir ein YOLO tätowieren? Okay, durchjaden. Du bist ein Vorsparten, ich werde duschieren. Sag mir, wie willst du nach vorne starten? Ich weiß, dass in deiner Stadt jeder an deine Visage steckt. Das ist der eigentliche Grund, warum du Maske trägst. Scheiße, was ist das für ne Scheiße? Ey, Scheiße, mein Scheiße ist da. Er trägt nen Kirkbraunen Hoodie, hat ein Abo bei U-Jus und hat schnupft. Na ja, hi, du Mann. Wer hat den auf mir nicht abgespült? Wer hat den auf mir nicht abgespült? Du, wie ich auf meinem Thron gerade sitze, komm, reich mir das Klopapier, blöde. Guck an der Steinzeitmensch, der an die Freiheit denkt. Kommt aus der Höhe raus und zeigt an allen seinen Speck. Er hat gerade Autotunen deckt. Und schreibt für seinen Abonnenten nen Trackdown. Guck an, wie er zur Feier des Tages die Haare kämmt. Aber erstaunlich, dass du ihn noch beim Namen kennst. Und zu deinem Autotune, du denkst, jetzt du wärst besser. Auch wenn's so klingt, du bist gar nicht der Erste, der's entdeckt hat. Du bist kein Fechterz, du bist ein Fettsack. Der kein Talent hat, nur Fruity Loops gekrackt hat. So ein Typ, den einfach jede Frau hat. So ein Typ, der sich die Kopfhörer geklaut hat. So ein Typ, den ich nicht mal weiter rappen will. Aber warum auch, wenn ihn schon sein eigener Name heftig fickt? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße, was ist das für ne Scheiße? Ey, Scheiße, man, Scheiße ist da. Er trägt nen Kirk Brown, nen Hoodie hat ein Ablober, Jutsch ist. Und er schnupft, naja, heilt ihn mal. Wer hat den auf mir nicht abgespült? Wer hat den auf mir nicht abgespült? Gut, wie ich auf meinem Thron gerade sitze, kann ich mir das Doppapier füllen.